An das deutsche Volk Seit der Reichsgründung ist es durch 43 Jahre mein und meiner Vorfahren heißes Volumen gewesen, der Welt in Frieden zu erhalten und in Frieden unsere kraftvolle Entwicklung zu fördern. Aber die Gegner neiden uns den Erfolg unserer Arbeit. Alle offenkundige und heimliche Feindschaft von Ost und West, von jenseits zur See, haben wir bisher ertragen im Bewusstsein unserer Verantwortung und Kraft. Nun aber will man uns demütigen. Man verlangt, dass wir mit verschränkten Armen zusehen, wie unsere Feinde sich zu tückischem Überfall rützen. Man will nicht zulden, dass wir in entschlossener Treue zu unserem Bundesgenossen stehen, der um sein Ansehen als Großmacht kämpft und mit dessen Erniedrigung auch unsere Macht und Ehre verloren ist. Es muss denn das Schwert nun entscheiden. Mitten im Frieden überfällt uns der Feind. Darum auf zu den Waffen. Jedes Schwanken, jedes Zögern, wer verrat am Vaterlande. Um sein oder nicht sein unseres Reiches handelt es sich, dass unsere Väter sich neu gründeten. Um sein oder nicht sein deutscher Macht und deutschen Wesen. Wir werden uns wehren bis zum letzten Hauch von Mann und Rost. Und wir werden diesen Kampf bestehen, auch gegen eine Welt von Feinden. Noch nie war Deutschland überwunden, wenn es einig war. Vorwärts mit Gott, der mit uns sein wird, wie er mit den Vätern war. Und wir werden uns wehren.